Ich will jetzt endlich trainieren! Jetzt halt die Schnurzeln, jetzt wird trainieren! Jetzt seh die Scheiße hier immer! Ey, ich bin immer noch der meistgehassteste Mensch im Internet wegen dir. Ich trage die Kette, so als wär sie meine Hovers wird zu tun. Ja, neck one is like in the post. Ich bin der anzige... Diät macht Spaß? Ich trage Handschuhe zum Covern vor Parken-Tattoos. Die linke Hand auf dem Buch und die Gannen der anderen. Ich lass es zu, denn ich sehe den selten Mann in meiner Spiegelung. Broski, drei nur Likes schaffen wir das safe, oder? Ja, 1000 Likes. Sieht wirklich nicht endlich aus. Nein, aber bitte like das Video! Was machst du hier? Es ist ja warm! Topset? Ja, noch 10 Minuten. Ich mach das Gewicht nicht mal. D-Load, ne? Es ist wirklich D-Load. Körperfett sind wir schon gleich, oder? Ja, schon noch gut fett, so. Hallo! Anscheinend machst du ja kein Cardio. Doch! Ich fahr Fahrrad. Ja. Ich weiß nicht mal, ob das Arbeitszeit ist. Keine Ahnung, trackst du deine Gewichte nicht? Nee, mir fehlt da noch grad ein Plan. Aha. Too easy. Wir haben jetzt eine halbe Stunde später. Warum atmen Sie immer noch so schwer? Ey, das ist jetzt gelogen. Das waren 20. Was kommt jetzt noch? Jetzt teste ich das Evo Gym hier auf Qualität. Sie haben auch noch grad den Craft getestet, oder? Richtig. Pump ist insane. Solange ich den Craft nicht dry scoopen muss, ist der Geschmack auch gut. Nein. Go Tobi. Die steigen jetzt direkt so an? Nee, nee. Wie schön macht Brosef hier nochmal? Six, glaub ich. Sechs? Zwanziger? Ja. Ja. Ja, ist dann egal. Ach, meine Griffkraft. Du, das ist so easy. Ich hör den Klang bis hier. Trockene Gedanken von dem Rücksitz seines Taxis. Ich tippe ziemlich wackelig auf den Rissen von dem Touchscreen. Mit der Aussicht auf die Lippen meiner Sluggy. Als in ihrer Straße überlege kurz, ob ich nicht einfach tippe. Ich bin savage seit dem Tag. Was hast du da? Das ist Evo Way, man. Cool, man. Dominik meint, du bist ein paar Tisch. Aber der ist zimt eh bei jedem. Bro. Wow. Wieviel Milligramm Koffein heute drin? 400 noch. Aha. Echt wenig, ja. Wen hast du an der Kasse fertig gemacht? So ein Rentner, der hat mich aufgeregt. Oh mein Gott, ein Bodybuilder. Sieht gut aus? So ein Robbeeinfall. Das ist um die Brustwirbelsäule natürlich aufzuwärmen. Und das ist für die Rückenstrecke. Willkommen ins Coaching. Und wenn nicht daneben Lichter oder Navis. Nicht mal zum Verzicken ist verschlicht. Mach mal meine Rücken. Drops it. Drops it. Drops it. Come on. Come on. Fuck. Come on. Come on. Come on. Deine Mutter hasst dich. Das ist so ein Bodybuilder. Das ist Bodybuilder, Mann. Hä? Drei Platten? Ja. Jetzt kommst du vor jetzt zu haben. Und jetzt soll ich mal den machen. Kannst du dich gleich mal vor das Licht ausstellen? John? Und jetzt? Weiß nicht, das sieht sehr dumm aus. Drops it aufwärmen. Come on. Come on, man. Come on. Come on, man. Come on. Come on, man. Come on. Let's one. I need help. I need help. Ich glaube, jetzt sind wir perfekt aufgewärmen für den Arbeitssatz. Das Geilste daran ist, du auf deinem Kanal so richtig professionelle Tutorials. Du auf TikTok so auch professionell. Und dann mein Blogs immer so in den letzten Folgen. Ja. Minus und Minus. Der gibt Plus. Du bist echt hochbegabt, ne? Überdurchschnittlich intelligent. Warum dropst du das immer? Back when a nigga would drive, that's tryna get by. Platt it don't shoot on myself. I was just tryna survive. The money would drive. Think I was losin' myself. I pray to God. The promise that he made me rich. And I'mma stay true to myself. Yuuuuh. Ginny Bitch. Wow, rasiert sogar, ne? Machst du auch mal deinen nächsten Satz? Bro, 10 ist viel zu wenig. Ne, man muss 2 mit 80. 10 ist zu wenig. Das ist ein richtiger Lappen, man. Was weiß ich? 12,1-J-L-G-G-I-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G-I-N-G. loopsie, droopsie. Hier nichts. Hier nichts. Ja, ich bin's. Ah, richtig getroffen. Treff immer. Fakt Stefan. Ich treff nie. Schreib mal gleich, wie sich die anfühlt. So, ich dachte, du wirst mich jetzt immer wieder bloßstellen. Kann sein, weiß nicht. Junge! Warum ist das so ein Parallelie? Warum ist die so schwer? Nein, die ist nur in der Dehnung so schwer. Den Farsch! Nein! Ich weiß nicht, wie geht der mit dem Arsch? Ach so! Schuldig, ich glaube, der hat die Bierzeit vorne. Was, Alter? Ich weiß nicht, dass die in der Dehnung so schwer ist. Krass! Ja, das ist nur schon 3,20. Ja, das ist mal einfach alles abreißen, Digga. Dornig liegt vor. Hast du das einfach als Arbeitsbrüche? Ich nehme Scheiß vor. Die Lothar. Hast du... Schalik? Ja, ich mache alles richtig heiß. Ja, wenn mir niemand was abnimmt. Klatsch deine Hände. Junge, ich krieg das ja wirklich nicht runter. Etwett, Mann. Alter, ich schüttel. Jawoll! Ich lebe zwischen Behandlung meiner Psyche und der Angst, dass die Familie friert. Zwischen dem Drang, mich an mein Ziel zu führen. Und Akzeptanz, dass jeder Mann mal müde wird. Zwischen Seele, Frieden und den Lamborghini Flügeltürn. Ich rede wenig... Das ist jetzt peinlich für dich, ne? Ne, ich mache nochmal. Aber mit Zugriff. Ja, Junge, ist das schlimm. Okay. Okay. Boah, voll breit auf einmal. Du fühlst die Übung nicht. Du musst sie fühlen. Ich fühl dich gleich... Was? Was? Wer hat hier gesagt, er ist dicht? Gleich haben wir einen 1, 2, 3, 4er. Ja, bitte? Mach. Ich muss erstmal schauen, wie viel Gewicht ich nehmen soll. Mach. Ich muss erstmal schauen, wie viel Gewicht er nehmen muss. Mach. Was? Ich mach das nicht. Es ist ein bisschen unangenehm, wenn ich so gleich stehe. Du musst aber genau wo machen. Spottchen mal. Nee, besser nicht. Schön in der Wettkampfvorbereitung. Ich glaube, du hast ein bisschen Gummibärnte auf dem Spiel. Ja, ich finde das sieht einfach so normal sportlich aus. Findest du nicht? Nee, für TikTok sieht es noch ein bisschen laurig aus. Also so sieht dir eigentlich jeder... So mit Dominik daneben. Ja, ich hier auch, ja. So wie Kohlsang. Was ist das für ne... Die ist richtig weird. Die Hansel. Die Hansel? Ja, ja, ja. Was geht jetzt? Und du willst doch heute kommen? Ja, seid ihr für Hälfte? Geht doch nach Hause, wenn das so ist. Mann! Ja, ja, ja. Ich habe ein bisschen... Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja.